Jo Freunde, was geht denn? Herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening Special. Wie ihr vielleicht schon im Namen gesehen habt, es wird einer der größten Case Openings überhaupt. Und da es gerade so ein riesen Case Opening ist, habe ich mir überlegt, ich möchte euch nicht 350 Cases antun. Also ich sag mal jetzt, ich werde wahrscheinlich bloß die Pinks und die Reds hochladen in einem zusammengeschnittenen Video. Wenn es natürlich nicht so viele Pinks und Reds sind, dann kommen auch noch ein paar gute Purple dazu, zum Beispiel wenn es Dead Tricks ist oder sowas. Das überlege ich mir alles noch, wie ich das zusammenschneide, aber vorgesehen ist eigentlich Pink, Red und natürlich wenn es kommt, Eye Knife. So ist das eigentlich vorgesehen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, weil ich werde mir Hintergrundmusik einspielen lassen. Ich habe schon ein Video auf meinem Handy laufen und ihr werdet begleitet durch Hintergrundmusik. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.